Driving home for Christmas Oh, I can't wait to see those faces Driving home for Christmas, yeah Pearl TV Well, I'm moving down that line Geschenke müssen nicht immer gleich teuer sein und das möchten wir Ihnen an dieser Stelle hier in dieser Sendung zeigen. Denn der Lutz hat Geschenkideen für Sie unter 20 Euro. Und wissen Sie, was das Schöne ist? Man macht sich dann doch irgendwo im Kopf so einen kleinen finanziellen Rahmen für das Nikolausgeschenk, für das Adventskalendergeschenk oder auch für das letztliche Weihnachtsgeschenk. Und deshalb möchten wir Ihnen hier zum einen Produkte zeigen, die dann in diesem preislichen Segment dann auch angesiedelt sind und zum anderen auch noch Ideen und Inspiration mit auf den Weg geben. Denn manchmal sagt man, Mensch, ich würde ganz gern für die gute Freundin irgendwas schenken bis 20 Euro. Bin mir aber noch nicht sicher, was und ach, was soll es denn sein? Und ja, ab und zu ist es so einfach, liebe Zuschauer. Einfach bei Pearl TV reinschauen und sich da inspirieren lassen von unseren Engeln, von den Produkten. Und da kommt auch schon das Erste mit unserer wunderschönen... Oh, Nele und Diana. Was ist das denn? Dankeschön. Ja, so geht das. Da hast du einen rausgehauen, du, sag mal. Aber hallo, danke schön. Fetter Auftakt, oder? Geht gut los. Weil das erste Produkt haben wir in zweifacher Ausführung für Sie. Zunächst eingeblendet diese Variante, die jetzt hier bei mir steht. Gleich kommen wir zu dem anderen Modell. Selbe Funktionalität, aber Sie sehen es, anderes Design. Und das Tolle hier dran ist jetzt, dass ich wirklich zwei in eins habe. Zum einen sieht es schon mal richtig formschön aus, oder? So richtig schön retro. Und das ist ja momentan mega modern. Aber es ist natürlich auch eine Waage, hier oben mit Edelstahlschale. Und die hat wirklich jetzt alles, was man sich wünschen kann, inklusive zum Beispiel einer sogenannten Zuwiegefunktion. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel Adventsplätzchen backen wollen und sagen, jetzt brauche ich exakt 100 Gramm von diesem hier und jenem hier. Und Sie sagen jetzt anschließend, Sie sehen ja auch, hier kann ich das wirklich ganz genau. Ja, ich wollte jetzt nicht alles raushauen. Du weißt, ich spare so ein bisschen mit dem Zucker derzeit. So, dann habe ich hier oben an diesem Rindelrad, da kann ich jetzt das Ganze wieder auf Null stellen. Also Sie sehen, ich drehe hier und da stellen wir jetzt mal gleich wieder auf Null. Quasi eine analoge Tara-Funktion. Eine analoge Tara-Funktion. So, und jetzt kann ich nämlich wieder zuwiegen und sagen, so, und jetzt kommt 50 Gramm von dem anderen noch dazu. Das heißt also, Sie müssen hier nicht mal die Schälchen wechseln und können trotzdem, pardon, hier oben in dieser Edelstahlschüssel, die selbstverständlich auch mit zum Lieferumfang gehört, können Sie hier alles schon mal sammeln und mixen und anrichten. Und ich finde, das ist natürlich etwas, was jetzt nicht nur fürs Backen ideal ist, sondern du wirst ja wahrscheinlich deine Lebensmittel als alte Diätikerin auch abwiegen, oder? Ja, zum Teil, also tatsächlich ist es so, dass ich in der Diät alles abwiege, alles von der Haferflocke bis keine Ahnung was hin. Aber auch so ist es bei uns so, bei den Athleten zum Beispiel, dass jetzt das Proteinpulver abgewogen wird, dass zum Beispiel abgewogen wird, wie viel Kreatin man zu sich nimmt und Co. Man nimmt ja so nahrungsergänzende Mittel zu sich, wenn man das möchte. Und da wird auch alles abgewogen. Das heißt also, bei uns zu Hause ist auch die Küchenwaage immer mittig und zentral platziert, weil man die einfach für alles braucht, um zu bereiten von Lebensmitteln. Und deshalb habe ich zum Lutz schon gesagt, die finde ich auch super cool. Ich zum Beispiel würde mich super darüber freuen, die jetzt zu Nikolaus zu bekommen oder auch von einer guten Freundin. Ich finde das wirklich fantastisch. Aber ich weiß, dass das auch ein Riesenhighlight für die Kathi wäre. Die Kathi wiegt jetzt nichts ab. Die Kathi backt aber wie eine junge Göttin. Und deshalb würde sie dann diese wunderschöne Küchenwaage wahrscheinlich dann auch gegen ihre Alte ersetzen und sagen, Mensch, die ist doch viel schicker, die ist viel edler vom Design. Und mit der kann ich genauso tolle und leckere Plätzchenkuchen, Torten und Co. backen wie mit der anderen. Siehst du wohl. Und wiegt bis zwei Kilo. Sie sehen es ja hier. 2000 Gramm haben wir da oben wieder auf der Nullposition. Das heißt, hier kann ich auch wirklich größere Mengen abwiegen, wenn es denn mal wieder ein bisschen mehr werden könnte. Jetzt gerade so in dieser Weihnachtszeit, da hat man ja gerne auch mal den Christstoll. Und der darf ja auch gerne mal ein bisschen größer werden, weil den macht man ja nur einmal in der Regel pro Jahr. Und da haben natürlich dann, ja, da kommen viele mit ihren Ansprüchen und die da auch sich ein Scheibchen von abschneiden wollen. Deswegen kenne ich das aus eigener Erfahrung. Christstollen. Hast du schon mal gebacken? Natürlich. Ich backe sehr, sehr gerne. Echt? Sieht man das nicht. Ich backe gerne, ich koche gerne. Ja, und ich habe ein Familienrezept mit einem Christstollen aus Thüringen. Mein Vater kommt nämlich aus Thüringen. Deswegen, das wird gehütet wie unsere Kronjuwelen sozusagen in der Familie. Was gestehen denn auch mal? Ich muss mal gucken, ob ich das hier nach dem Umzug wiederfinde. Wir sind ja nach Dassel gezogen. Deswegen natürlich auch alle Moderatoren privat hier und alle Kollegen hergezogen. Und bei mir ist noch vieles in den Umzugskisten, muss ich gestehen. NX 68, 51 und die 569 übrigens für Silber. Wir haben hier aber auch einen Schwarz für 12,26 Euro. Das ist ja ein Spitzenpreis. Also hier zugreifen bitte. Finde ich, sieht super schick aus. Gibt es ja auch mit diesen amerikanisch angehauchten Retro-Kühlschränken zum Beispiel. Ist einfach ein ganz tolles Highlight. Auch für das Stil Mixe, modern und antik. Ganz, ganz toll. Und Lutz, wir würden uns glaube ich alle hier bei Pearl TV und auch unsere Zuschauer, wir können Ihnen ja dann ein Foto bei Facebook von Lutz oder auf Lutz Seite dann hochladen. Wenn du den backen würdest, wenn wir den probieren würden und mal sehen, wie der aussieht. Nach geheim gehüteten Rezept. NX 68, 82 und die 569. Was darf es sein? Edelstahl oder schwarzfarben? NX 76, 81 und die 569 für Edelstahl. Oder auch in der schwarzen Farbe die NX 68, 82 und die 569. Gehen Sie da in die Leitung, rufen Sie an. Bitte darauf achten. NX 68, 81 und die 569, die 7 vorne an der Bestellnummer bitte nicht mit angeben. Ganz, ganz wichtig. Tolle Produkte, die wir jetzt hier haben, liebe Zuschauer. Und da bin ich ja fast schon total begeistert von dem nächsten Produkt, wo der Lutzer es sich nicht nehmen lässt, die Diana gleich zu begleiten. Was ist das denn? Och Diana, du alte Meerjungfrau. Ich wollte ihn hier ja anziehen, aber dann meinte sie, das wird dann mit dem Laufen ein bisschen schwierig, wobei ich fand das sehr formschön, wie sie das gemacht hat. Also das ist natürlich jetzt was für alle unsere Kuscheltanten und Onkel. Das ist natürlich jetzt etwas ganz Besonderes im Meerjungfraundesign. Soll ich aufstehen? Ich finde, das steht hier hervorragend auf. Soll ich aufstehen? Ja, bitte, bitte, weil der ist ja richtig schön groß. Also der ist jetzt, muss ich mal nachschauen hier, 180 Zentimeter lang, also 70 mal 180 Zentimeter und du siehst das mit dem Laufen. High Waist. Also ich habe dich schon in Kleidern gesehen, wo du kleinere Schritte gemacht hast. Bitte? Ich habe euch Mädels schon in Kleidern gesehen, wo ihr kleinere Tippelschritte drin machen musstet. Ja, das stimmt. Wo schauen sie sich das mal an? Ist das cool? Ist das cool? Das ist vor allem, glaube ich, auch eine ganz tolle Geschenkidee für Kinder. Früher mein Lieblingsfilm tatsächlich war Ariel, die Meerjungfrau. Nein, wirklich? Ja, ich habe immer die Serie geguckt. Ariel, die Meerjungfrau. Mit, ach, da gab es da noch so tolle Tiere, die da auch unter Wasser gelebt haben. Ach toll. Hier jetzt, liebe Zuschauer, eine Meerjungfraudecke. Das ist ja cool und vor allem super kuschelig. Und Lutz, weißt du, was ich cool finde? Ich liebe Decken, die einmal rund um den Körper gehen. Denn ich glaube, jeder kennt das. So eine Decke, man deckt sich zu, dann kommt auf einmal diese Kälte im Rückenbereich. Und dann denkt man, Mensch, so unter dem Po eine schöne Decke. Ach, geht nicht. Hier einfach reinschlüpfen. Schwuppdiwupp hat man jetzt hier schön gewärmte Füße. 16,60 Euro. Ich glaube, das ist ein guter Lacher für erwachsene Frauen. Aber auch für Mädchen. Und ich glaube, auch seinem besten Kumpel kann man damit mal einen richtigen Kracher quasi zu Weihnachten schenken. Mal einen richtig raushauen, ja. Was weißt du, wie lustig das wäre, wenn du deinem besten Freund hier die Meerjungfraudecke im Babyblau schenkst und sagst frohe Weihnachten. Da sind wir wieder beim Thema Foto. Wenn Sie das schaffen, dass Ihr Kumpel das anzieht, bitte unbedingt Foto an uns. Redaktion.at.pearl.tv. Sie erreichen uns da wirklich jederzeit mit Fragen, mit Antworten, mit Anregungen. Aber vor allen Dingen, bitte schicken Sie auch uns Ihre Fotos. Wenn auch Sie so etwas Schönes haben, wie hier wir mit unserer Vivian, haben Sie vielleicht auch Glück. Schicken Sie uns Ihre Fotos, egal ob männlich oder weiblich. Aber lassen Sie uns bitte wissen, ob wir die hier zeigen dürfen. Nicht, dass wir dann nachher noch Ärger kriegen. Also ob wir das hier veröffentlichen dürfen bei Pollen.tv. Du bist aber wirklich... Ich schwimme! Ach so, du schwimmst. Das muss man aber auch dazu erklären. Ach so, aber mein Batman-Umhang. Ich wusste auch gar nicht, dass ich... Moment. Ach so. Batman-Wallfisch. Man wird nicht jünger, kann ich Ihnen sagen. 16,06, liebe Zuzur. Das ist aber auch ein echt Holztisch hier. Spitzenpreis, NX 87, 86 und die 5, 6, 9. Finde ich wirklich super. Finde ich ganz toll. Diana lacht mich gerade auch aus. Nele auch. Ja, das ist toll. Hab schon mal keine... Was man damit nicht alles machen kann. Also ich bin wieder mal hellauf begeistert. Aber schön kuschelig ist es, oder? Kuschelig ist ja... So ein ganz, ganz toller Niki, so ein Kuschelstoff. Ganz toll, wirklich. Ich finde auch die Farbgebung hervorragend. Das ist jetzt mal ein tolles Geschenk. Lutz, hast du was Gutes ausgesucht? Ja, dann weiß ich ja, was du kriegst dieses Jahr zu Weihnachten. Nämlich unsere NX 87, 86 und die 5, 6, 9. NX 87, 86 und dann noch die 5, 6, 9. Also bei 16,06 Euro, das ist doch wirklich was, was man entweder den Kids schenken kann oder sich selbst, wenn man auch so eine Kuschelnatur ist, wie unsere Vivian. Oder wie gesagt, sich mal einen schönen Joke machen will. Oder vielleicht auch was fürs Wichteln. Das gibt es ja jetzt auch in vielen Firmen, dass man da irgendwo sagt, man hat einen Festpreis bis, was weiß ich, 20 Euro oder so. Da passt das ja locker rein. 16,06 Euro, allerdings nur für die nächsten zwei Stunden. Ich finde es klasse. NX 87, 86 und die 5, 6, 9. Hier in der Farbe grün, ja, es ist so ein Türkis. Türkis würde ich sagen. Mehrfarbe, eine Mehrfarbe. Türkis, blau, grün, liebe Zuschauer. Weiß ist unser Engelchen. Weiß ist das nächste Kartönchen. Und was sich darin befindet, Lutz, haus aber heute auch ein raus, muss ich dir sagen. Ich weiß, dass du liebst, ich weiß es doch. Vielen lieben Dank. Weil das ist hier wirklich neues Spielzeug. Wir üben nämlich Schreiben derzeit, so ein bisschen Schönschrift und so. Genau, du machst wahrscheinlich wieder eine Einkaufsliste, oder? Nein, eine To-Do-List. Soll ich? I'm sorry, du machst eine To-Do-List. I have to do a To-Do-List. Of course, of course. Weil mein Freund, liebe Zuschauer, sonst nichts macht. Er hat mich heute angerufen. Ich sage Ihnen eins, ich habe einen Sauberkeitsfemmel. Weil unsere Stammzuschauer wissen das. Und da ich jetzt tatsächlich auch unter die passionierten Köche gehe, koche ich jeden Abend, mache Desserts, koche für den nächsten Tag, mache, gehe einkaufen, dies, das, jenes. Und habe meinen Freund darum gebeten, doch bitte den Boden zu saugen und den Müll rauszubringen. Wenn ich ihm das aber nicht schreibe, vergisst er das. Und deshalb mache ich das bisher über WhatsApp, aber das ist irgendwie nicht so cool. Deshalb möchte ich einfach zu Hause was haben, was ich aufhängen kann, worauf steht, was denn die Aufgaben des Tages sind. Und dann hat er mir gestern Blümchen gekauft, da war ich sehr erfreut darüber, hat den Boden gesaugt. Und jetzt heute, Lutz, haben wir telefoniert. Und ich habe gesagt, Schatz, kannst du dir heute, wenn du von der Arbeit kommst, mal den Boden angucken? Und dann fing er an zu lachen und sagt, ja, wenn ich mir den Boden nur angucken würde, dann könnte ich mir nachher wieder was anhören, warum ich den Boden denn nur angeguckt habe und nicht gesaugt habe. Ich sage, ja, Mensch, das meine ich doch. Hier, To-Do-Liste, ist eine tolle Sache. Immer aufschreiben, produktiv sein, liebe Zuschauer, produktiv sein. Hier für 11,31 Euro, NC 21,61, finde ich 5,600. Oder Einkaufsliste. Oder Einkaufsliste. Oder zum Beispiel, dass man sich einfach hier Notizen macht, wie zum Beispiel unsere Bestellnummer. Das ist eben das Schöne hier, dass ich jetzt einfach über den Stift, der wird hier unten auch eingeklemmt, hier drauf schreiben kann. Und jetzt kommt der Clou. Wenn ich alles eingekauft oder erledigt habe, drücke ich hier oben auf diese Taste, Mülleimer-Taste, und schwupps, wird alles wieder gelöscht. Und dann kann ich wieder von vorne hier kritzeln und malen oder eben halt wieder löschen. Das ist natürlich ideal, um so etwas jetzt zum Beispiel mal an die Kühlschranktür zu hängen, dass halt jedes Familienmitglied da drauf schreibt, was jetzt das nächste Mal eingekauft werden soll. Oder natürlich auch für unsere ABC-Schützen. Wenn die vielleicht schon mal so ein bisschen anfangen, so mit diesem, naja gut, über Kopf wird es ja so ein bisschen schwierig, mit dem A und dem B und in Groß- und in Kleinschreibung. Da hat man ja früher kiloweise das Papier verdonnert, weil eben halt dann irgendwie tausendmal das A, tausendmal das B. Jetzt heutzutage kann man das einfach hier auf dieser Tafel machen. Nein, das war über Kopf-Links-Schrift. Nicht mein Ding. Aber wie gesagt, macht ja überhaupt nichts, weil du kannst ja beliebig oft löschen hier das Ganze. Und noch ein Kracher, super leicht, super flach und wird mit einer einzigen Knopfzelle betrieben. Die gehört übrigens auch gleich mit zum Lieferumfang und vor allen Dingen hält bis zu zwei Jahre. Also sensationelles Produkt, weiß das, dass das Viviens Liebling ist. Also was hast du jetzt drauf geschrieben? Einkaufsliste, einmal Mandelmilch, einmal Rote-Bete-Wraps, einmal Weihnachtskartons und einmal Kaffeebohnen. Du solltest dich doch auf die Einkaufsliste schreiben, oder? Ja, hervorragend. Sehr gut, dass du dann gedacht hast. Für den Stollen brauche ich dann zwar noch ein bisschen mehr, aber da muss ich eh nochmal das Rezept rausführen. Ach so, ja eben deshalb. Ich meine, da geht man natürlich gern frisch einkaufen. Aber so ein paar neue Weihnachtskartons, ein paar Kaffeeböhnchen wäre nicht schlecht. NC 2161 und die 569, die Bestellnummer. 19.11. wird ausgeliefert. Bitte seien Sie bei der Auslieferung dabei, denn wenn die Plätze reserviert sind, die Auslieferung ausverkauft ist für 11,31 Euro, wird es dieses Jahr keine LCD-Schreibtafeln mehr geben. Kann man auch schön zu Nikolaus verschenken, wie ich finde, an Kinder, um das Ganze ins Auto zu legen, um während Fahrten mal was zu malen, zu kritzeln, um Spaß zu haben oder um Tic-Tac-Doe zu spielen. Also kann man ganz, ganz viele Dinge machen. Ja, liebe Zuschauer, 11,31 Euro, greifen Sie da bitte zu. Ich liebe ja diese Sendung. Ich bin aber auch so jemand, ich gehe super gern in einen Euro-Shops, muss ich Ihnen sagen, um günstige Schnapper abzugreifen. Seien es Deko-Ideen oder natürlich auch Kleinigkeiten, die man mal verschenken kann. Und da kommen wir auch schon gleich zum nächsten Produkt. Alle Geschenk-Ideen unter 20 Euro für Sie, natürlich auch noch einmal gelistet auf www.mail.tv. Wollen wir mal reinlassen? Oder rauslassen, besser gesagt. Ja, wow. Das ist jetzt etwas, das habe ich mir jetzt mal ausgesucht. Hast du aber vertauscht, oder? Nicht unter 20 Euro. Doch, doch, doch. Doch, doch, doch. Echt? Also, wir haben jetzt da ein bisschen getrickst, muss ich sagen, weil wir sind ja hier in der Sendung Geschenk-Ideen unter 20 Euro. Nein. Und da sind wir normalerweise ja eigentlich bei, naja, UVP 140 Euro, normalerweise bei rund 30 Euro. Jetzt haben wir da ein bisschen den Preis für Sie speziell noch mal gedrückt auf 1999, dass das hier noch in die Sendung reinpasst. Aber soll Ihnen ja recht sein, oder? Ja, natürlich. Ich meine, das ist genau das, was ich meine. So ab und zu greifen wir mal Schnäppchen auf, wo man einfach zugreifen muss. Das ist 19,99 Euro nur für Sie jetzt heute hier in dieser Sendung. Der Preis so gesenkt, dass diese 2-in-1-Handy und Smartwatch, da muss man sich mal überlegen, noch hier reinpassen. Oh mein Gott, greifen Sie bitte zu. NX 44 84 und die 569. Wir schauen noch mal kurz das an, was Lutz angesprochen hat. Und liebe Zuschauer, das ist eine sensationelle Preisersparnis, die wir Ihnen gleich auch noch einmal auf pearl.de zeigen dürfen. Aber vorerst möchten wir natürlich alle wissen, was kriegt man denn hier eigentlich für 19,99 Euro Sensationelles? Alles. Alles. Also, aber wir schauen erst mal auf pearl.de, würde ich sagen. Erst mal der Preis, wir schauen mal auf pearl.de. Na gut, überredet. Schauen wir mal auf pearl.de, weil der Preis ist sensationell. Ja, und liebe Zuschauer, wir hören gerade noch mal. 140 Euro OVP auf 30 Euro knapp auf pearl.de reduziert. 19,99 Euro nur in dieser Sendung für Sie. Die wird auch im Vorweihnachtsgeschäft nicht noch mal zu so einem Spitzenpreis angeboten. Das heißt, wir müssen jetzt bitte bestellen. Ganz, ganz wichtig, das ist hier Priorität. Und Lutz sagt, wir kriegen alles, auch den Kunstschnee? Nein, den Kunstschnee nicht. Also die Uhr aber mit Verpackung und natürlich Bedienungsanleitung. Aber man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, das Smartwatch für unter 20 Euro. Weil normalerweise 150 Euro aufwärts, viele auch 400, 500 Euro und mehr. Und das heißt nicht, dass die mehr könnten als die hier. Und gerade auch mit diesem Design, dass es so ein bisschen aussieht mit diesem runden Touchscreen hier, wie diese klassischen Uhren, auch von der Uhrenanzeige hier vorne. Gefällt mir ausgesprochen gut. Sehr sexy, finde ich. Aber eben halt mit diesem gewissen Etwas, dass ich mir jetzt halt hier auch noch alles anzeigen lassen kann, was bei mir auf meinem Smartphone los ist, ohne dass ich das zur Hand nehmen muss. Also wer mich anruft, was für eine SMS eingegangen ist, was bei Facebook oder WhatsApp los ist, kann ich alles sehen. Aber natürlich auch sehr viel mehr. Ich habe Bewegungserinnerungen. Ich kann mir eine Schritte zählen. Ich kann Kalorien berechnen lassen. Und das, wie gesagt, alles, ohne dass ich das Telefon auch nur einmal zur Hand nehmen müsste. Weil das verbinden Sie einmalig, drahtlos natürlich, per Bluetooth mit Ihrem Telefon. Und da bekommen Sie die entsprechende App. Die gibt es gratis im Android App Store. Ja, und dann, wie gesagt, wird hier alles angezeigt auf dem Display, wer Sie anruft. Oder eben halt auch, Sie haben es vielleicht vorhin schon gesehen, Sie können selbstverständlich auch eigene Nachrichten schreiben oder auch raus telefonieren. So, und jetzt kommt noch der Clou, das Ganze jetzt auch mit eigener SIM-Karte, wenn Sie dann mögen. Das heißt, hier in dieser Uhr können Sie, wenn Sie wollen, Sie müssen nicht, rein optional, aber wenn Sie wollen, legen Sie hier eine eigene SIM-Karte, also eine eigene Mobilfunkkarte ein. Und dann könnten Sie sogar, wenn Sie möchten, Ihr Telefon komplett zu Hause lassen. Sie sind dann absolut unabhängig von Ihrem Telefon. Das ist natürlich ideal, wenn man jetzt gerade so an Weihnachten denkt und die Weihnachtsmärkte, wo ja gern auch mal, so wo es so voll ist, dann auch die Taschendiebe unterwegs sind. Und so hier hinten aus der Gesäßtasche ist ein Telefon mal ganz fix weg. Und dann hat man acht, neun, hundert oder tausend Euro oder mehr sogar ja teilweise dann auch verloren. Mit so einer Smartwatch am Handgelenk ist das schon viel schwieriger. Und es sind ja auch nur 19,99 Euro, nur in Anführungszeichen. Aber trotzdem, es ist eine andere Hausnummer als tausend Euro. So, das ist das eine. Dann telefonieren können Sie auch selbst mit der SIM-Karte, ohne die SIM-Karte, das bleibt dann Ihnen überlassen. Und ich möchte noch mal betonen, alles vertragsfrei und SIM-Lock-frei. Bei dem Preis muss man das ja erwähnen. Das heißt, ob Sie da eine SIM-Karte einlegen oder wenn ja, von welchem Vertragspartner, mit welchem Tarif, bleibt absolut Ihnen überlassen, haben wir nichts mit zu tun. Und als Sahnehäubchen noch oben drauf, hier ist auch gleich noch ein Lautsprecher verbaut, ein Mikrofon verbaut. Das heißt, Sie können auch noch darüber telefonieren. Und zwar ohne Knopf im Ohr, ohne Headset. Also nichts wie bei diesen meisten anderen, muss man leider auch sagen, bei diesen teuren, die dann halt alle irgendwie ein Bluetooth-Headset erfordern. Nein, hier direkt, so Geheimagenten-Style-mäßig sozusagen, hier direkt über die Uhr. Sie könnten sogar Musik hier drüber hören oder die Musik von Ihrem Telefon aus steuern und noch drei Millionen andere Sachen. Und das alles für so einen sensationellen Preis. Ich bin da hin und weg und das werden Sie natürlich auch sein. NX 44,84 und die 569 für 19,99 Euro. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Deshalb bitten wir Sie da wirklich gleich zuzugreifen. Und natürlich dürfen wir an dieser Stelle auch mitteilen, dass Sie gerne zwei oder drei bestellen dürfen. Jetzt gerade, wo der TV-Sonderpreis noch gültig ist und das Kontingent auch in der Vorweihnachtszeit hier noch auf Lager ist. Deshalb gehen Sie gleich zum Hörer, rufen Sie an. Bitte, bitte, denken Sie an diese Meerjungfraundecke. Wie cool war die denn bitte? Haben Sie nicht gesehen? Dann gerne auf www.perl.tv nochmal anschauen und dann gleich bestellen. Und schicken Sie uns gerne Fotos an redaktion.perl.tv, wenn Sie diese anhaben oder Ihr bester Freund. Tolle Geschenkidee. Dann habe ich jetzt geboren. Dann